Hallo zusammen, ich begrüße Sie zu einem neuen Videoblog der Gruppe Kofundi Aluminiumguss. Heute möchte ich Ihnen unsere Entgradungsanlage vorstellen. Wir haben eine automatisch funktionierende Entgradungsanlage, die sehr flexibel ist. Eine der Eigenschaften dieser Installation ist, dass sie keine Positionierungswerkzeuge benötigt. Dies werden Sie später im Video sehen. Der Roboter besitzt eine Säge, mit der man das überschüssige Material von den Teilen entfernen kann. Sie hat ein Schleifteil und ein Werkzeug, mit dem man fräsen, bohren und entgraden kann. Das Entgraden ist vor allem für Teile gedacht, die entweder aufgrund ihres Gewichts oder wegen der vielen Bearbeitungen nur schwer manuell zu heben sind. Wenn wir einfache Teile zum Entgraden haben, ist es besser, sie von Hand zu bearbeiten. Aber wenn die Teile schwer sind und viele Bearbeitungsschritte durchgeführt werden müssen, ist die Maschine schon sehr hilfreich. Hier sehen wir in dem Video, wie wir ein Stück mit unserer Insel bearbeiten. Wie gesagt, der Roboter braucht kein Werkzeug, um die Teile zu positionieren. Er hat eine Kamera, die das Stück erkennt und man muss ihm helfen und das Teil mehr oder weniger immer an der gleichen Stelle lassen. Aber es braucht kein Werkzeug. Er erkennt das Stück, macht ein Foto, erkennt wo es ist und nimmt es dann mit der Zange. Danach geht er zur Säge, schneidet das überschüssige Aluminium sehr schnell und ohne Risiko ab. Bei kleineren Teilen würden wir diesen Schritt manuell durchführen und es wäre gefährlich für den Mitarbeiter. Die Maschine nimmt nun das Teil, bewegt es zur Spindel und führt einige Innenbearbeitungen durch. Wenn sie mit der Bearbeitung fertig ist, geht sie direkt zum Schleifband, poliert und entfernt die Grade der Angüsse und andere Vollkommenheiten und legt sie zum Schluss auf das Förderband. So ein Roboter ist sehr faszinierend, profitabel und vor allem sehr nützlich. Das war alles, was ich zu dieser Installation sagen kann. Wenn Sie mehr über uns wissen wollen, schauen Sie sich doch mal weitere Videos auf unserem YouTube-Kanal an oder schauen Sie doch mal auf unserer Webseite www.kofuni.com nach. Vielen Dank!